Wie gesagt, kommt ruhig von oben nach unten, das sagen wir nicht ohne Grund, denn wir werden später noch ein kleines Gewinnspiel machen, da dürfen nur die teilnehmen, die hier unten sitzen. Nur wer hier im Atrium der guten Laune Platz genommen hat, ist in der Lage hier einen Bombenpreis zu gewinnen, den wir heute mitgebracht haben, einen Bombenpreis, ich will aber jetzt noch nicht sagen, was es ist, weil ein bisschen Spannung muss ja auch sein, aber bevor es so weit ist und wir unseren Bombenpreis loswerden, allerdings nur an jemanden, der hier unten sitzt, um das nochmal zu betonen, haben wir noch ein bisschen Musik mitgebracht und zwar wollen wir heute ein paar unbekannteren Songs spielen, aber natürlich auch die großen Hits und wenn man an die großen Hits denkt, dann muss man an die großen Heroes des Rock'n'Roll denken, wie zum Beispiel den Mann, der die Gitarre für den Rock'n'Roll nochmal erfunden hat und dieses Jahr ist ein Leiter von uns gegangen im stolzen Alter, Mr. Jack Barry. Zweimal durften wir mit ihm zusammen die Bühne teilen in Hamburg und in Leipzig, das ist schon viele Jahre her und jetzt erinnern wir uns nochmal an ihn mit dem Song, mit dem man das singt, was uns schon im 25. Jahr zusammenhält, nämlich Rock'n'Roll Music.